Die Analysten raten bei Nvidia zum Kauf. Und das jetzt schon eine ganze Weile. Du siehst jetzt hier die aktuellen Analystenschätzungen. Die Aktie wird natürlich extrem gecovert von allen möglichen Analysten. Ist ja momentan so der heißeste Scheiß am Aktienmarkt, würde ich mal sagen. Und ja, das heißt, wir haben ungefähr 64 Analysten, die sich Nvidia anschauen. Die sind sich jetzt allerdings nicht so hundertprozentig einig. Hier sehen wir einmal die unterschiedlichen Kursziele. Die liegen zwischen 90 und 200 US-Dollar, wobei das mittlere Kursziel so um die 150 US-Dollar liegt. Meine Strategie ist es ja, dass ich Aktien kaufe, wenn sie potenziell gerade günstig sind. Das heißt, ich kaufe immer hier in diese Tiefpunkte rein. Hier unten siehst du mal unser Hobby-Signal, also diese grünen Peaks. Das sind immer so die Momente, wo mein System gedacht hat, oh Stefan, damit könntest du jetzt doch gerade günstig in die Aktie eventuell einsteigen. Und du siehst hier, das ist jetzt schon eine Weile her. Das letzte Einstiegssignal hatten wir im Oktober 2022. Und du siehst, was danach passiert ist, ist natürlich fulminant und richtig cool. Und ja, das heißt, das ist so die Situation, die wir momentan bei der Nvidia-Aktie haben. Und ich meine, du siehst hier ganz offensichtlich, nach meiner Strategie ist das gerade keine Einstiegssituation. Ja, weil wir halt eben nicht in solch einer Abwärtsbewegung sind. Die Tiefpunkte hier, die hätten wir mit unseren Profisignalen übrigens auch abpassen können. Aber ja, die Hobbysignale, die kommen noch seltener vor. Aber auch jetzt gerade gibt es durchaus viele spannende Aktien, die jetzt auch in einer ähnlichen Situation sind wie Nvidia damals. Und da schicke ich ja jeden Tag diese Listen rum. Wenn du die auch haben willst, trage dich gerne einfach kostenlos auf fokusinvestor.de einmal ein. Dann schicke ich es ja auch dir direkt auf dein Handy. Jetzt ist es bei mir so, wenn ich sowas sehe hier, dann werde ich immer sehr, sehr kritisch. Weil wie gesagt, ich bin ja antizyklischer Investor. Heißt, ich bin jemand, der sich immer die Frage stellt, wenn alle gerade in eine Richtung denken, überlege ich, sollte ich nicht eher in die andere Richtung gehen? Das heißt, jetzt hier gerade auf dem Level von den alten Höchstständen bin ich dann immer vorsichtig und frage mich halt, okay, wenn jetzt gerade alle sagen, man soll kaufen, dann ist das häufig ein sehr guter Kontraindikator dafür, dass man vielleicht da jetzt gerade wieder rausgehen sollte. Und auch das Kursziel mit 150 US-Dollar ist jetzt nicht so weit weg vom aktuellen Level. Das heißt, auch die Analysten gehen ja davon aus, dass das Kursziel aktuell ungefähr hier so liegt, so 8% oberhalb des Kurses. Und deswegen, lass uns zuallererst mal darüber sprechen, inwieweit sind diese Kursziele der Analysten überhaupt sinnvolle Bewegung. Und dazu habe ich dir jetzt einmal die tagesgenauen Analystenschätzungen hier einmal reingepackt. Und zwar die Mittelwerte. Das ist jetzt ganz wichtig. Also das, was gerade bei 150 liegt. Kannst du hier sehen, das ist diese blaue Linie, die jetzt hier so stückweise oberhalb des Kurses gerade verläuft. Und das, was man jetzt hier halt sehr schön sehen kann, ist, dass diese Kursziele in der letzten Zeit, seitdem dieser Aufwärtstrend besteht, einfach immer hier oberhalb des Kurses gelegt wurde. Hier gab es mal so eine Phase im August 2023, wo das Kursziel extrem angehoben wurde. Dann dauerte es noch eine ganze Weile, nämlich bis zum Juni. Also das waren jetzt wirklich vier Monate. Und dann ging die Aktie auf einmal ab in Richtung Kursziel und schoss dann sogar darüber hinaus. Und jetzt gerade haben wir auch wieder so eine Situation, dass wir ein relativ hohes Kursziel haben. Und wir jetzt quasi hier in dem Moment, das war durchaus ganz interessant, also könnt ihr mal anschauen hier. Hier hatten wir so einen Sprung nach oben. Das war hier zu diesem Zeitpunkt, da wurde das Kursziel nach oben angepasst bei allen Banken. Und dann ging es erstmal ordentlich nach unten, ja. Und jetzt gerade nähern wir uns halt wieder diesem Kursziel an. Jetzt kann man sagen, hier in der Aufwärtsbewegung lagen sie relativ richtig, ja. Also die waren sich sehr, sehr unsicher, was mit Nvidia passiert. Das kannst du hier sehen. Da haben sie nämlich einfach das Kursziel. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier unten in diese Phase reingucken, ja, wo wir jetzt hier diesen Tiefpunkt hatten, also das war dieser tiefste Punkt, hier siehst du wieder unsere beiden Einstiegssignale. Da sieht man jetzt hier, wie der Kurs, beziehungsweise die Kursziele einfach eiskalt auf dem Kurslevel gehalten wurden, ja. Das heißt, die waren sich einfach nicht sicher und haben es deswegen einfach auf das Kurslevel gezogen. Dann startete hier der Moment, wo hier diese extreme Aufwärtsbewegung kam, wo sie gesagt haben, okay, jetzt ist gerade Momentum im Markt oder sowas, ja, oder jetzt geht es gerade nach oben. Die Stimmung scheint vielleicht gerade zu kippen. Wir setzen das Kursziel mal lieber nach oben und bei der Politik sind sie jetzt im Endeffekt geblieben, ja. Das heißt, seitdem, ja, hier ging es mal sehr schön hoch, dann haben sie das Kursziel erreicht. Dann haben sie wieder so, oh, müsste, irgendwie passiert was anderes, als wir überlegt hatten mit dem Kursziel. Ja, gut, dann bleiben wir mal irgendwie beim Kurs. Ja, okay, der Kurs, der steigt die ganze Zeit. Dann haben sie es einfach immer weiter erhöht, weiter erhöht und dann, oh, Mist, jetzt geht es noch weiter nach oben. Sind wieder auf dem Kurslevel geblieben. Und jetzt gerade ist es so, dass dieses Kurslevel halt jetzt so mehr oder weniger konstant bleibt. So, wenn wir uns das Ganze jetzt aber mal historisch anschauen, dann siehst du hier war die letzte Aufwärtsbewegung, die hier ging ungefähr bis 2021, als dann erstmal dieser recht starke Rücksetzer hier kam. Viele haben es wahrscheinlich schon wieder vergessen, ja, aber 2022 waren wir mal 66% gefallen bei NVIDIA. Und das war so die Ausgangssituation, aus der dann jetzt dieser fulminante Aufstieg im Endeffekt entstanden ist. Und hier kannst du sehr schön sehen, wie die das Kurslevel lange Zeit einfach da oben gelassen haben, ja. Nicht verändert haben und dann, als es hier dann runter, hier fingen sie dann auf einmal an, das Kurslevel nach unten zu korrigieren, ja. Aber du siehst, wenn du jetzt dann darauf gehört hättest hier die ganze Zeit, ja, wärst du damit ziemlich auf die Nase gefallen. Und die große Frage, die sich mir jetzt halt stellt ist, sind wir jetzt gerade in einer ähnlichen Situation, wie wir hier oben waren. Jetzt ist es natürlich so, dass du die Performance eines Unternehmens, eine Aktie in erster Linie natürlich über das Unternehmen tracken musst, ja. Das heißt, du musst schauen, okay, wie entwickelt sich das Unternehmen und damit bestimmen wir immer die Richtung, ja. Das heißt, ob wir überhaupt jetzt in eine Long-Position gehen, ja oder nein, entscheidet sich natürlich in erster Linie darüber, ob wir jetzt irgendwie einen Wertzuwachs im Unternehmen haben oder nicht. Und hier siehst du jetzt einmal die unternehmerische Entwicklung der Nvidia-Aktie, die einfach, ja, phänomenal ist. Anders kann man das einfach nicht nennen. Hier siehst du das, der Umsatz in 2023 lag halt noch bei 26 Milliarden und der soll jetzt halt komplett durch die Decke gehen. Von 26 Milliarden soll es jetzt raufgehen auf 226 Milliarden innerhalb der nächsten vier Jahre. Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Du siehst aber auch, dass das Umsatzwachstum, dass das nachlassen soll. Also von 27 nach 28 wird es schon relativ schwach prognostiziert. Ich persönlich wage es immer nicht weiter zu blicken als ein Jahr, weil Gott weiß, was dann im Endeffekt passiert wird mit der Welt. Aber ich sage mal jetzt hier so, die Daten für 2025 sind, glaube ich, welche, die wir uns auf jeden Fall angucken sollten. Aber die Zahlen für 2026 sollten wir uns durchaus anschauen, weil das Geschäftsjahr 2025 ist bald vorbei. Bisschen tricky. Bei Nvidia ist es so, deren Geschäftsjahr geht bis zum 31. Januar. Also nicht bis zum 31. Dezember, wie das so normal ist, sondern bis zum 31. Januar. Und ja, das ist einfach die Ausgangssituation, die wir haben. Das heißt, 2025 ist schon fast abgeschlossen. Das heißt, die Prognose, die wir uns aktuell angucken müssen, ist eigentlich die von 2026. Und ja, also das halte ich durchaus für relativ verlässlich, ja, also dass das so in der Art kommen könnte. Wobei man auch sagen muss, ich meine, was haben die gemacht, ja, die haben sich die Umsätze angeschaut von 24 nach 25 und haben dann einfach prognostiziert, ja, okay, das Wachstum, das bleibt ungefähr so, ja, und langfristig wird es ein bisschen weniger. Ja, also so läuft das ungefähr, wenn die Analysten sich das angucken. Das heißt, für mich ist es vor allem das Kursumsatzverhältnis, was momentan besonders interessant ist. Und wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, wie sich das Kursumsatzverhältnis jetzt in der Historie verhalten hat bei NVIDIA, dann kannst du sehen, dass das Kursumsatzverhältnis immer weiter gesteigert wurde, ja. Wir sind jetzt so teuer wie noch nie, ja, also wir haben hier hinten haben wir 1999 bei NVIDIA und du siehst hier das Kursumsatzverhältnis, so historisch gesehen hat das immer gependelt, so 17 in der Spitze und das günstigste war so um 1 rum, ja. So, und das war auch der Fall, so bis zum Jahr 2018 und dann kam quasi eine neue Zeitrechnung. So, und zwar begann das Ganze ungefähr mit 2020 und zwar ging das Ganze jetzt los mit KI und dieser ganzen Chip-Entwicklung, ja, weil dort sind sie jetzt ja wirklich führend momentan und haben die leistungsfähigsten Chips einfach für diese, ja, für diese Anwendungen der künstlichen Intelligenz, für die Rechenzentren, die man dafür braucht. Und, ja, seitdem wird die Aktie jetzt immer beliebter und der aktuelle Status Quo ist, dass wir auf Level 35 sind, ja, beziehungsweise bei einem Kursumsatzverhältnis von 35 und das ist so die aktuelle Ausgangssituation, die wir bei NVIDIA haben. Und die große Frage, die sich jetzt halt stellt ist, wie sieht es aus, kriegen wir jetzt den nächsten großen Swing nach oben und Isaac Newton hat 1800 irgendwas schon gesagt, jo, man kann einfach nicht bestimmen, wo eine wilde Horde Menschen den Aktienkurs hintreiben. Wenn wir diese Aufwärtsprognose hier einfach mal nehmen, das heißt, wir gucken uns vielleicht einfach mal an, hier diese Aufwärtsbewegung, wie sie jetzt hier so stattgefunden hat, dann hatten wir jetzt hier zum Beispiel einen Anstieg im Kursumsatzverhältnis von 34 nach 45. Das war also ein Anstieg um 10, ja, und das war jetzt in einem Zeitraum von zwei Jahren, ja. Das heißt, wenn man das jetzt einfach mal sagt, okay, pass auf, ideales Szenario wäre, dieser ganze Wahnsinn um KI und Kursumsatzverhältnis und so weiter, der geht noch weiter, dann wäre es vielleicht so, dass man vielleicht auch von ausgehen könnte, dass wir auf 55 kommen. Das wäre jetzt so das Optimistischste, was ich sagen würde, ja. Und wenn wir das mal betrachten vom aktuellen Level, dann würde das bedeuten, dass wir noch 20 dazu bekommen. Das heißt, vom aktuellen Level wäre das ein Anstieg um 57%. Also ich sage mal, wenn du von mehr ausgehst bei deinem Investment in Nvidia, dann bist du schon ein kleiner Träumer. Auch wenn ich mir vielleicht jetzt keine Freude mache und vielleicht der eine oder andere jetzt gerade auf Deabonnieren gedrückt hat. Aber ich denke, wir sollten uns jetzt wirklich mal klar machen, auf welchem Level ist denn aktuell die Bewertung von Nvidia. So, du kannst es hier sehen. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 3,39 Billionen US-Dollar. 3,39 Billionen US-Dollar sind 3390 Milliarden US-Dollar. Wenn wir Google aktuell fragen, wie viele Menschen auf der Welt leben, dann siehst du, die Schätzung für den 1. Juli 2024 liegt bei 8,16 Milliarden Menschen auf der Welt. Wenn wir das einfach mal ausrechnen, dann bedeutet das, dass Nvidia zum aktuellen Zeitpunkt für jeden Menschen auf der Welt, der aktuell lebt, 415 US-Dollar wert ist. Die klassische Bewertungsmethode, mit der man den Wert von einer Aktie bestimmen kann, ist ja so dieses Discounted Cashflow-Modell. Die Idee dabei ist, wir nehmen die Gewinne der Zukunft und rechnen sie zurück auf das aktuelle Level und haben dann halt den entsprechenden Wert, der gerade bei Nvidia vorliegt. Wenn wir uns den aktuellen Gewinn einfach mal anschauen, dann war es so in 2024, das heißt am 31. Januar 2024, war das Geschäftsjahr vorbei, haben wir 34 Milliarden Gewinn gemacht. Die aktuelle Schätzung für das EBIT, also das ist gerade der Wert, den ich mir anschaue, ist 82 Milliarden, die jetzt kommen sollen und dann soll das raufgehen so auf 117, 140 Milliarden ungefähr. Das heißt, aktuell ist es so, dass wir immerhin, wenn wir jetzt mal diese 8,215 US-Dollar nehmen, dann ist es durchaus so, dass momentan der Gewinn von Nvidia pro Mensch auf der Welt bei ungefähr 10 US-Dollar liegt. Und das ist, finde ich, schon mal ziemlich beeindruckend, wenn man sich diese Zahl einfach mal so vergegenwärtigt. So, jetzt ist dieses Discounted Cashflow-Modell wirklich eine nicht ganz so einfache Sache. Und das Verrückte ist, und das will ich dir jetzt einfach mal zeigen, wenn du kleine Änderungen in deinem Discounted Cashflow-Modell vornimmst, dann wird sich das extrem auf den Wert ausüben. So, ich habe dir jetzt hier einfach mal den Discounted Cashflow-Rechner von Guru Focus mitgebracht. Ich habe übrigens auch einen Link für Guru Focus, ja, also wenn du darüber gehst, kannst du das ein paar Tage kostenlos testen, die Plattform. Das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Also, wir können uns mal anschauen, wie man das Ganze jetzt macht. Der klassische Weg ist, dass man sagt, naja gut, wir schauen uns die nächsten 10 Jahre an, basierend auf dem Gewinn, ja. Und wenn man das einfach mal macht, ja, dann sieht man, okay, der Wert, der im Endeffekt dabei entsteht, liegt ungefähr bei 62 US-Dollar. Das heißt, wir sind über 100% überbewertet zum aktuellen Zeitpunkt, ja. Also, das ist auf jeden Fall, ja, die aktuelle Situation, wenn man so will. Das heißt, der Preis ist stark überbewertet, wenn man das einfach mal macht. So, jetzt ändern wir mal so ein paar Annahmen. Also, die Annahme ist momentan, dass wir um 20% pro Jahr wachsen und wir discountieren die Situation hier mit einem Wert von 11. Das finde ich relativ stark, eine recht starke Discount-Rate. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal ein bisschen runter, wir gehen mal auf 8. Und wenn man das jetzt einfach mal macht, siehst du, ändert sich direkt der Preis so ein bisschen. Wenn man sich jetzt das Wachstum anschaut, 20% Wachstum über die nächsten 10 Jahre, jedes Jahr, halte ich auch für recht optimistisch, ja. Also, ich würde jetzt beim Wachstum mal runtergehen auf 15% ungefähr. Und wir könnten jetzt vielleicht sagen, wir betrachten das nicht nur auf 10 Jahre, sondern vielleicht auf 15 Jahre. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach nochmal hoch, ja, und dann gucken wir einfach mal, wo wir dann im Endeffekt landen. Und dann siehst du, dass wir so leicht überbewertet sind und dass der faire Preis so ungefähr bei 110 US-Dollar liegen sollte. Naja, egal, wie man es dreht und wendet. Wir sind offensichtlich in einer Blase. Keiner weiß, wie weit die Blase noch gehen wird. Ich selbst werde jetzt nicht einsteigen an der Stelle. Ich habe ja auch ein Video gemacht zum Crash-Signal letztes Mal, weil als die letzten sehr guten Quartalszahlen rauskamen, kamen da keine so gute Performance. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, ich sage mal so, auf dem Weg bis 160, dass wir dort irgendwo jetzt so langsam den Hochpunkt finden werden bei Nvidia. Auch wenn es durchaus sein kann, dass wir nochmal eine Aufwärtsbewegung kriegen, wie gesagt, das absolute Maximum, was ich sehe, sind so 57%. Also so ein Kurs um 220, das wäre nochmal sowas, wo ich sage, okay, das wäre schon krass. Aber mehr sehe ich einfach nicht. Naja, aber du darfst da natürlich gerne eine andere Meinung zu haben. Schreib sie mir gerne mal in die Kommentare. Lass uns doch mal ein bisschen darüber diskutieren, wie das mit Nvidia weitergeht. Wie findest du die 415 US-Dollar pro Mensch auf der Welt? Das ist schon irgendwie eine ziemlich verrückte Situation, oder? Naja, egal. Also, mach dir auf jeden Fall noch einen super schönen Tag. Wir sehen uns am Donnerstag im Investment Club. Komm gerne vorbei, einfach kostenlos anmelden. Dann bekommst du eine E-Mail mit dem Link zu unserem Zoom-Call. Und dann kannst du da einfach dran teilnehmen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann noch einfach die Tage im nächsten Video. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.